Ich begrüsse ihn zu RROT TV Sport. Seit 14 Jahren ist er beim EHC Visp. Mit den Oberwalliser hat er mittlerweile über 700 Spiele gemacht in der Nationalliga B. Herzlich willkommen, Beat Heldstapp. 700 Spiele kürzlich mit dem EHC Visp. Kannst du dich noch so erinnern, wie du damals, vor der 14 Saison, zu den EHC Visp kamst? Wie ging das? Ja, es war sehr speziell. Ich war damals in der RS, im Militär. Dann hatte ich einen Anruf von Pius David. Er hat mir auf die Combox gewählt. TK-Chef? TK-Chef von Visp. Ich habe zuerst nicht so verstanden, was er gesagt hat. Er musste zweimal abhören. Dann hat er gesagt, dass ich mich sehr interessiert wäre, dass ich auf Visp komme. Dann hatte ich noch die Möglichkeit, dass ich nochmals in Davos, in der ersten Mannschaft, die Chance bekomme. Dann habe er dort auch angefangen. Wir hatten eigentlich sehr schlechte Start am Anfang. Nach etwa zehn Spielen hätte er noch die Jungen nicht mehr spielen lassen. Dann haben wir Pius David nochmals angerufen. Hast du ihn noch besser verstanden? Nein, noch besser verstanden. So kam das eigentlich die Stand, dass er noch auf Visp. Also, angefangen mit dem EHC Visp. Vorher hast du mit Davos gespielt, mit den Junioren. Du hast angefangen, Hockey zu spielen. Kannst du dich noch an die Juniorenzeit bei Davos erinnern? Ja, also ganz am Anfang war ich ins Klosters. Das war halt ein ganz kleiner Verein. Und dann bin ich mit zwölf auf Davos gegangen. Ja, es war schon eine riesige Umstellung. Davos war sehr professionell. Als wir gekommen sind, war ein Kollege von mir und ich zusammen mit zwölf auf Davos. Ja, da waren wir wirklich nicht gerade die Besten am Anfang. Aber wir hatten dort einen riesigen Willen und sind dann eigentlich immer besser geworden. Du bist an der Nähe von Davos aufgewachsen, in Saas, in dem Dorf. In der Nähe von Davos. Das ist fast normal, dass man da zu Davos gegen Hockey spielen, wenn man ein bisschen Talent hat. Ja, sicher. Das ist natürlich ein Traum. Eigentlich sind alle dort in der Region sehr HCD-Fan. Ja, für mich war das sicher auch ein riesiger Traum, mal in Davos zu spielen. Aber die Möglichkeit haben wir auch dazu bekommen, einfach dort zu trainieren. Und es war wirklich eine super Sache. Hast du da mit Spielern zusammengespielt, mit Junioren, die jetzt auch noch spielen oder so, die nachher Karriere machen konnten? Ja, also das war in der Elite Junioren. Da habe ich noch genau mit Michel Reis gespielt. Oder sogar Marc Streit war er noch. Wie noch da? Ja, ja. Und von Arx. Und die haben dann auch eine grosse Karriere gemacht. Ja, die haben dann eine grosse Karriere gemacht. Aber es gab auch von denen, die dort sehr gut waren und jetzt von der Bildfläche verschwunden sind. Warum echt? Ja, es braucht natürlich nicht nur Talente. Ja, das ist so. Es braucht einerseits sehr viel Talente und andererseits natürlich auch einen riesen Willen. Und das sehen wir zum Beispiel bei Marc Streit. Der hatte einen riesen, riesen Willen. Hast du schon gedacht damals? Oder hat man das Talent gesehen? Ja. Man hat einfach gesehen, dass er einen riesen Willen hatte. Er war immer der Erste, der auf dem Eis war und der Letzte, der auf dem Eis war. Das hat man schon gesehen, dass er wirklich auch Talente hat. Er hat wirklich auch Talente, aber auch einen riesen, riesen Willen. Also ein guter Ratschlag für die Jungen, die jetzt Hockey spielen. Nicht nur Talente ist wichtig, auch bei uns zu arbeiten. Das ist so. Also mit Talente alleine kommt man nicht mehr bis ganz hoch. Da haben wir keine Chance. Also man braucht sicher auch sehr einen grossen Willen dafür. In der BE hast du auch mit Thurgau gespielt. Hast du das vorhin gesagt, aber tat es dir nicht so recht gefallen? Ja, es war ganz speziell. Thurgau hatte damals ein unglaublich gutes Team. Dann hat Roman Weger gespielt und Vollmer, der vom ZZ kam. Dort ist wirklich eine sehr gute Name. Aber es ist nicht so gut gelaufen. Wir sind danach auch in die Playouts gekommen. Es war wirklich nicht so, wie man es eigentlich erhofft hat. Da ist der Anruf von Pius Tavik als rechter Zeit gekommen, oder? Ja, ich habe danach auch mal eine grössere Veränderung gewesen. Mal ein bisschen weiter weg. Und dann habe ich gesagt, jetzt gehe ich nicht mal ins Fall. Zuerst habe ich nicht gedacht, sei es nur ein Jahr. Und jetzt ist es gleich länger geworden. Was hast du dir gedacht, wenn du zum ersten Mal im Oberwahl kamst? Hast du es schon ein bisschen gekannt oder warst du überrascht? Ja, ein Kollege von mir, der war einmal in der ersten Liga da gespielt. Und ja, einfach so kleine Sachen habe ich nicht gewusst. Nichts sonst nicht gross? Nein, eigentlich nicht so. Einfach, dass es auch sehr viele Berge hat und immer schön wettert. Aber als Bündner ins Wallis kamst du auch nicht so schlimm gewesen? Nein, überhaupt nicht. Sehr viele Ähnlichkeiten. Hast du dich schnell anpassen, akklimatisieren? Ja, das ist eigentlich sehr gut gegangen. Und auch sofort sehr viele Kollegen kamen neben dem Hockey. Beim Hockey ist wirklich... Für noch einmal zurück auf die Junioren. Du hast ja Junioren-Nazi gespielt, U18. Wie war das? Ja, das war ein sensationelles Erlebnis. Davos. Wir sind auch so wie damals, auch wie jetzt in U20, auf Ufa gegangen. Russland. Ja, Russland. Genau, richtig. Und dort sind wir wirklich feiert worden. Super Resort. Das war damals nicht eine Wellmeisterschaft, sondern eine Europameisterschaft. Wir sind knapp gescheitert, aber wirklich ein super Erlebnis. Das würde man nie mehr vergessen. Davos ist natürlich die erste Adresse für dich als Bündner. Warum ist es dann nicht nachher weitergegangen? Vielleicht einmal einen Tag wieder mit Davos? Oder hast du nie mehr Ambitionen gehabt? Ja... Mein Ziel war sicher immer ACA. Einmal sind immer Angebote da gewesen, aber nie etwas richtiges Konkretes. Ich gehe einfach nur weg, wenn ich auch sicher bin, dass ich spielen kann. Und... Nicht so in einer vierten Linie oder so einem A-Klub. Lieber in der B vorne oder B. Das ist ja so. Also für mich ist ja wichtig, ich bin ja nicht der Abräumer für die vierte Linie. Für mich ist es wichtig, dass ich viel spielen kann. Auch offensiv ein bisschen mehr. Und für das kam in der vierten Linie ein A-Klub. Und da sind natürlich auch die Positionen ein bisschen besetzte dran gewesen. Oder... Es ist nicht leicht, da dritt zu kommen, oder? Das ist ja so. Ich sage, momentan wäre es vielleicht etwas einfacher. Es wird überall Verteidiger gesucht. Und... Ja... Damals hat es sicher... Ja... Es hat vielleicht mehr Leute gehabt. Ja... Jetzt 700 Spiele. Kürzlich einen Feier. Das Jubiläum mit dem EAC Fisch. Du hast lange zusammengespielt mit dem Portner. Jetzt viel mit dem Antama. Dann ist es wichtig, dass man ein bisschen das X-Spiel zu tun ist. Für dich. Ja, ich glaube, das ist sicher von Vorteil. Ich meine, damals mit dem Philipp Portner habe ich einen gehabt, der defensiv eigentlich sehr gut gespielt hat. Er hat mir eigentlich... hinten ein bisschen die Drecksarbeit, wie man sagt, gemacht für mich. Und ich habe dafür mehr offensiv, mehr Freiheiten gehabt. Und ähnliches jetzt mit dem Silvan, oder? Genau. Oder richtig. Der Silvan ist defensiv. Für mich einer der Besten. Er ist sehr gross. Er ist sehr kräftig. Er macht wirklich defensiv. Sensationell. Typisch weniger eben der Typ als Verteidiger, der die Checker ausdeilen tut, oder so. Typisch mehr der, der richtig offensiv geht. Das ist ja so. Ich bin eigentlich... Ganz früher wäre ich eigentlich Stürmer gewesen. Und danach eben mit... Wie zwölf, ich habe es gesagt, haben wir zu wenig Verteidiger gehabt. Aber ich habe zum Verteidiger umfunktioniert worden. Aber ein bisschen Stürmerblüte ist auch immer noch ein bisschen drin. Ja, das ist ja so. Ich bin gerne halt ein bisschen... Ich bin gerne vorne ein bisschen mitgemischt. Aber als Verteidiger, man muss sagen, von der Blaulinie mit einem kräftigen Schuss. Hast du das speziell trainiert oder ist das ein bisschen Talent? Ja, ich glaube, Schiessen ist sicher auch ein bisschen zu tun mit Technik. Also da braucht es nicht nur Kraft. Also es ist sicher auch sehr viel mit Technik verbunden. Die 14. Saison jetzt schon mit der MHC Fispe. So einmal... Du hast gedacht, ja, eventuell mal National League A sonst von MHC Fispe wechseln. Mal war es bei Siders ein bisschen das Thema. Ja, das war mehr rundherum eigentlich eigentlich. Konkret ist das Nächste, dass ich auf Siders gehe. Ich habe gewusst, was ich jetzt Fispe habe. Und habe eigentlich... Ja, innerhalb von der B hätte wirklich etwas sehr spezielles sein müssen, dass ich wechseln hätte wollen. Ab und zu jetzt eine kleine Abstecher in die National League A. Da wo... Pardon... SL Tigers bist du mal gewesen, Zug und so weiter. Wie war es denn das gewesen, wenn du da ein bisschen an die Luft schnuppern konntest? Ja, es war sehr speziell. Vor allem auch damals, als ich auf Zug gegangen bin. Dort ist wirklich... Ich wusste nicht, was mich erwartet. Es ist national. Ja... Man weiss nicht, was passiert genau. Aber ich war dann positiv überrascht. Ich war auch sehr motiviert und es ist wirklich sehr gut gegangen, in den drei Spielen. Und also... Da ein bisschen neben schauen, wie sie der National League A angeht, aber wieder gerne zurück in Fispeil. Ja, sicher. Ich habe gewusst, was ich hier habe. Und... Ja, für mich war es wichtig, dass ich auch viel spiele. Und darum... Ja... Fispeil bin so lange hier. Und das gefällt mir hier. Und... 700 Spiele, ich sage es nur mal, natürlich häufig erlebt. Natürlich heute Trainern, die gekommen sind und gegangen sind. Hast du solche Trainern, die dich gerne erinnern, wenn du es gut hast gekriegt? Gibt es das so? Ja, sicher. Es gibt... Jeder Trainer ist... Auf seine Art sage ich gut. Es gibt aber ganz verschiedene Trainer. Ja. Also in den 14 Jahren habe ich wirklich sehr viel erlebt. Sehr viel. Was hast du dir gerne als Trainertipp? Mit welchen kriegst du so speziell gut aus? Oder was brauchst du als Trainertipp? Ja, sicher. Dass man weiss... Er muss ein wenig ehrlich sein. Er muss auch forderend sein. Also... Man muss es wirklich wichtig finden, dass man sehr gute Trainings hat. Wenn man gut trainiert, kann man dann auch viel besser spielen. Das ist dann sicher ein wichtiger Punkt. Ja. Aber eben Trainer ist sicher etwas Wichtiges, was man bräuchte, um eben nach gut zu spielen. Dann gibt es eben viele Phasen, die es weniger gut gibt. 700 Spiele gibt es heute Spielwand, die ganz speziell daran erinnern. Und alle hast du wahrscheinlich nicht mehr im Kopf. Ja, es gibt schon... Ich muss sagen, ich habe sehr viele schöne Erlebnisse, die... Da wären wir noch lange da. Alle Spiele. Aber sicher ein ganz spezielles Spiel war es gegen Basel im Final damals. Im vierten Spiel zu Hause waren wir 4-1 im Rückstand. Dann haben wir noch 5 Jahre gewonnen. Die Basler haben schon den Champagner kalt gestellt. Ah, genau. Und ich muss sagen, da... Wenn ich heute nochmal zurückdenke, dann können wir die Grime, das ist wirklich... Auch die Atmosphäre erhalten, das war unglaublich. Und natürlich heute der Schweizermeistertitel, den du feiern konntest. Das war natürlich auch ein spezielles Erlebnis. Das war natürlich auch ein spezielles Erlebnis. Das war natürlich der Höhepunkt. Ich meine, das wünscht sich jeder Spieler. Und für das arbeitet man eigentlich auch hart. Und das ist wirklich ein super Erlebnis. Und dann die weniger guten Erlebnisse, lasst man die weg, tut man die vergessen. Es bleiben eben die wenigen an. Ja, man weiss sicher. Wenn man jetzt gerade von einem reden will, der ist sicher gegen Siders. Wir sind damals in vier Spielern im Viertelfinal ausgeschieden. Raus, oder? Ja. Das war ein bisschen hart. Gerade gegen Siders. Genau. Und vor allem immer in Verlängerung oder in Penaltyschiessen war es wirklich sehr knapp. Ja. Du bist schon immer ein fleissiger Punktesammler. Bei mir hat es Fisp als Verteidiger jetzt schon über 30 in die Ditcher-Saison mal nachgeschaut. In der Best-Saison bis über 40 sind knapp. Das reicht jetzt ja fast vielleicht für einen neuen Rekord, wenn du so weitermachst. Ja, das wäre gut. Ja, das wäre gut. Ich spiele auch sehr viel Powerplay, sehr viel mit den Ausländern. Und dann, durch das haben wir natürlich auch mehr Punkte. Aber, wichtig ist natürlich, dass die Mannschaft den Zeselt anbringen würde. Das ist ja so. Für mich ist es nicht wichtig, ob ich Punkte habe. Sondern es ist sehr viel wichtiger, dass wir als Mannschaft Erfolg haben. Das bringt uns auch weiter. Wenn man so schon ein paar Jahre im MHC Fisp dabei ist, hat man natürlich auch viele Reisen, die man machen muss und Auswärtsspiele. Das ist natürlich bei MHC Fisp ein bisschen mühsam. Wie erlebst du das? Ja, das ist sicher halt... Ja. Aber man gewöhnt sich auch ein bisschen daran. Jetzt... In den 14 Jahren, wo ich das... Also, das erlebt man ja. Das gehört eigentlich so wie zum normalen... Also, alltäglichen... Nimmt man den Kauf? Genau, das ist ja so. Und... Was macht ihr denn so während der Reise? Wenn er durch, wenn er durch, Basel, Aschwa geht? Es ist verschieden. Also, jetzt haben wir wieder angefangen zu jassen und... Ah, das gefällt dir. Das gefällt mir, ja. Und dann geht natürlich die Zeit auch viel schneller. Ja, das ist gut für die Konzentration. Da wird man nicht abgeben. Also, wir gehen erst mit dem Heimfahren. Zurück gehen. Ja. Vorher konzentrieren. Vorher, ja. Zum Teil auch schlafen. Viele schlafen im Bus. Du hast natürlich auch häufig Gegenspieler erlebt da. Berühmte, weniger Berühmte. Kannst du dich an solche erinnern, wo du es besonders schwer hast als Verteidiger? Weil die Stürmer sind cool. Welche bleiben dir da so im Kopf? Wo, wo gewühlt sind gewesen? Oder so. Spieler, Gegenspieler. Ja. Oder keiner speziell, oder? Ja sicher. Es gibt, jeder Mannschaft hat gewisse Spieler, die sehr trickreich sind und sehr, also schwierig zu verteidigen als Verteidiger. Also, ja vor allem eben gewisse Ausländer, die sicher, ja. Aber man kennt natürlich eben nach so vielen Spielen die Gegner. Nicht schlecht, oder? Das ist ja so. Also, eben z.B. momentan z.B. der Demaret, der ist sicher sehr wendig. Also, da muss man immer aufpassen. Ja. Seit 14 Jahren, Beat Heldstadt, bei mir als Visp, hast du die Entwicklung gesehen, was der Klub gemacht hat in der Zeit in den 14 Jahren. Wie tust du ihn mit zu beurteilen? Wie es jetzt in den 14 Jahren ging? Ich glaube, Visp hat sicher einen riesen Schritt nach vorne. Ich meine, am Anfang ist halt alles noch neu lang gewesen. Aber den HHC Fisch, da habe ich genau nicht gewusst, wo gehen wir hin. Und ich glaube, momentan sind wirklich sehr gute Strukturen drin. Und dann auch eine Strategie, wo es hin gehen soll. Und in der BE allgemein, wie siehst du es da? Ist das Niveau höher gekommen oder in den letzten Jahren? Ja, also ich habe schon das Gefühl, in den letzten paar Jahren ist das Niveau sicher recht gestiegen. Ja. Vor allem, was hat sich so geändert? Schnelligkeit? Ja, Schnelligkeit. Ja, es kommt halt auch viel, wenn man sieht, wenn die Nazi-A-Spieler in Nazi-B kommen, es ist eben nicht so einfach. Man kann nie einfach in den Nazi-B kommen und das Gefühl haben, dass sie locker und man kann nicht auch einfach spielen. Also ja, man muss einfach wirklich auch Krampf in den Nazi-B. Ja, es ist natürlich heute nicht immer leicht zu gewinnen, das ist klar. Du als Verteidiger, wenn zum Beispiel an der Blaulinie einen Pöck verlierst und so weiter, zum Beispiel zwar ein treues Publikum, aber plötzlich sind die Pfiffe da, gehört man die als Spieler. Wie ist das als erfahrener Spieler, wenn eben so die Kritik von der Rennen kommt? Kann man das verarbeiten oder ist das immer noch schwierig? Ja, also ich glaube, in den Jahren... Ja, man ist ein bisschen... Ja, also das ist auch... Man nimmt das schon wahr, also man gehört zum Teil schon die Pfiffe, aber... Ja, es geht einem nicht immer so persönlich, also... Ja, man muss mit dem umgehen können, sonst würde es sehr schwierig auf dem Niveau Hockey spielen. Kann man das wegstecken sofort? Das muss man. Ja. Das muss man. Ich meine, es gibt ja immer im Sport gute Zeiten, dann gibt es halt weniger gute Zeiten. Und ja, auch wenn es auch mal schlechter geht, muss man auch da durchgehen. Und dann ist auch wichtig, dass man halt mental... Ja, einfach probiert... Das wegzustecken. Genau, richtig. Aber es gibt gute Zeiten, schlechte Szenen in dieser Saison. Auch bei mir hat es viel Spokes und Tiefs. Es wechselt ein bisschen ab, wie du als erfahrener Spieler. Ja, also... Wir haben sicher halt, genau wie du gesagt hast, auf und ab. Und das ist genau mit den Problemen. Wir haben einmal ein Drittel, wo wir sehr gut spielen, und dann haben wir wieder ein Drittel, wo wir wirklich wieder einfach... Ja, weniger gut spielen. Und zum Teil... Vielleicht ist das auch, wie wir jetzt halt einfach... jüngere Spieler halt auch haben, halt... Wenn wir das Goal bekommen halt, dass wir nicht cool weiterspielen, sondern einfach nervös werden. Das haben wir zum Beispiel gesehen, eben gegen Aschua... Das erste Drittel, das sehr gut war vom Erze Fisch. Plötzlich bekommt man das Goal... Und dann ist man verunsichert. Das ist ja so. Und... Und so weiter ist eine Diskussion... Wie tust du das Beurteilen, eben, wenn solche Stimmen wieder kommen? Und... Ja, ich meine, schlussendlich sind wir und mich sind wir verantwortlich für die Leistung. Also... Ich glaube, wir müssen jetzt als Team wieder daraus finden. Und ich meine, das ist nicht die erste Saison, wo ich das erlebe. Und... Jetzt ist einfach wichtig, dass man... Kann man als erfahrener Spieler mitzuhelfen euch? Ja, sicher. Ich meine, jetzt sind die erfahrenen Spieler eigentlich auch gefordert. Jetzt müssen wir eigentlich das Ruder in die Hand nehmen und versuchen... Den jungen Rücken... Genau. Und die Jungen mitzureissen. Aber die müssen natürlich hoch kommen. Ja. Das ist natürlich wichtig. Ohne die geht es nicht. Ja. Es bringt nie, wenn ein Spieler alleine da probiert. Also... Wir brauchen eigentlich alle Spieler, damit wir Erfolg haben. Und der erste Viertel, also im Moment andere Mannschaften. Hast du das so erwartet ein bisschen? Aschwa ist ein bisschen eine überraschende Moment. Die anderen hätte man so nicht eingehen können. Ja, das ist die einzige Überraschung für mich. Also, wenn ich sehe, Lausanne, Olten... Langetal, auch Schott von... Die haben ein sehr gutes Kader. Und die habe ich eigentlich dort vorne erwartet. Und unten haben wir eben Siders Leidergottes und Thurgau und so. Hast du das eigentlich gedacht am Anfang Saison? Ja, also wenn ich so die Kader gesehen habe, dann habe ich schon gedacht, dass es ungefähr so sein wird. Aber ich meine, es muss immer zuerst gespielt werden. Und... Wir haben eben auch vorhin mal gesprochen, Beate, richtig Siders. Aber das war nur so ein bisschen ein Geplänkel gewesen. Jetzt Siders, ein bisschen mit Schwierigkeiten. Wie tust du das beurteilen? Ja, ich finde es sehr schade. Ich muss sagen, am Anfang, als ich da war, sind das natürlich unglaublich schöne Spiele gewesen. Vor allem sehr hart umgekämpft. Und Emotionen und Stadien sind voll gewesen. Und von dem sehen wir heute nichts mehr. Schade, oder? Sehr schade, ja. Ja, aber hoffen wir natürlich, dass dann noch ein gutes Ende kommt mit dem HC Siders. Du spielst Hockey, seit 14 Jahren mehr als ein Fisch, aber mittlerweile auch im Oberwallis heimisch geworden. Du bist hier Chef der Krankenkasse Concordia im Oberwallis. Wie kann man das verbinden? So einen wichtigen Job mit Hockey, geht das? Ja, es ist halt sehr viel Aufwand. Ja. Aber für mich war es einfach sehr wichtig, dass ich, wenn ich aufhöre Hockey spielen, dass ich nebenher auch noch ein Standbein habe. Und jetzt, durch das habe ich jetzt bei Concordia wirklich einen super Job bekommen. Und du kannst es gut verbinden, so. Ja, also… Gibt es Zeiten, was schwieriger ist? Ja, also… Ist halt schon so, wenn wir Auswärtsspiele haben, wenn wir ab und zu spät nach Hause kommen, dann heisst es gleich am Morgen aufstehen und arbeiten. Ja, und ich glaube, ab und zu die Zeit auch am Abend kompensieren. Hilft das ein bisschen auch, wenn man als Hockeyspieler im Oberwallis ein bisschen Bekanntheitsgrad hat, wenn man eben mit den Leuten über den Berufen beruflich zu tun hat? Ja, ist sicher ein Vorteil. Ich bin ja nicht Walliser und dann ist sicher noch ein bisschen ein Vorteil, wenn man als Auswärtiger, dass die Leute einen halt auch ein bisschen kennen. Und kennst du mittlerweile das Oberwallis sehr gut. Natürlich, nach 14 Jahren bist du fast ein Oberwalliser oder wie fühlst du noch? Bündner, Oberwallis? Oder beides? Ja, beides. Also ich habe mich da, glaube ich, sehr gut integriert und mir gefällt es hier sehr gut, sonst würde ich auch nicht so lange hier sein. Jetzt schauen wir noch ganz schnell Richtung Ende Saison. Es kommen noch ein paar wichtige Matches für den EHZ Fisbe. Was können wir jetzt noch erwarten? Ich glaube, dass wir jetzt einfach durch den Kampf wieder zurück zum Erfolg kommen müssen. Jetzt müssen wir eigentlich jedes Spiel so wie ein Play-Off-Spiel anschauen. Und ich glaube, wenn jeder Einzelne das weiss und jede Alte für die Mannschaft gibt, dann werden wir auch wieder auf der Volksstrasse zurückkommen. Der EHZ Fisbe ist ja mal gestartet vom sechsten Rang Richtung Meister. Also in einem Play-Off ist alles möglich. Das ist ja so. Ich glaube, in der Mannschaft haben wir sehr viel Play-Off-Erfahrung und das ist sicher auch wichtiger Punkt für die Play-Off. Beat Heldstadt, wir wünschen dir natürlich viel Erfolg. Wir haben den EHZ Fisbe auch für den weiteren Verlauf der Meisterschaft. Alles Gute. Hoffentlich gibt es jetzt wieder mit den Fisbe und den richtigen Play-Off. Und dann natürlich eine gute Leistung. Alles Gute für die Zukunft und für den weiteren Verlauf der Saison. Danke. Das wäre es gewesen. Die heutige Sendung mit Beat Heldstadt, dem Spieler, der 700. Mal im Dress bis jetzt beim EHZ Fisbe war. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, besten Dank für zu sehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, Arano TV Sport.